Silvestre, wir haben uns einen anderen, einen anderen, einen anderen, einen anderen. Wie ist unser Veränderung? Ja, ich möchte mich jetzt von der Fußball-Football zurückziehen. Ich bin ein Veränderungsveränderung. Ich bin ein Veränderungsveränderung. Ich habe oft einen Veränderungsveränderung, oft einen Veränderungsveränderung. Aber ich habe mich auf Marvech gemacht und ich bin sehr gut. Ich habe mich mit meinem Papi angefangen. Ich habe mich mit dem Motivation gemacht. Ich habe mich mit dem Motivation gemacht. Ich habe mich mit dem Fútbol und dem Moral gemacht. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr froh, aber ich bin sehr gut. Wir haben ihn für die Einleitung. Wir haben einen guten Zettel-Berritten, wir haben einen guten Garten. Und wir haben einen guten Garten. Wir haben einen guten Garten. umzustehen, um zu guter Spiel zu machen, wenn wir sie gut machen können. Wir haben eine gute Ausbildung. Wie ist es, dass wir uns die Geräusche ausmählen? Wie ist es? Wir haben uns sehr gut gemacht. Wir haben uns sehr viel gewalt in der Welt. Ich glaube, das ist das Beste für den Sport. Ich denke, es ist ein guter Torfé. Was hast du die Spektativen? Was hast du die Spektativen? Was hast du die Spektativen? Team Spirit. Ich glaube, Team Spirit ist auf die Uni. Ich glaube, es gibt auch John Lugay, Reinier und Sebastian. Aber egal wurde, ob ich das Team war. Aber ich glaube, Team Spirit är wichtig. Ich bin so auf Wiedersehen und begeistert. Ich bin sehr froh und ich bin ein Team. Aber ich bin sehr froh und ich bin so froh und ich bin ganz froh. Wie habt ihr bei Breworkfam in Blander-Bretания? Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin ein Schritt im Hintergrund. Ich freue mich, dass ich ein paar Kampionen habe. Ich bin ein paar Kampionen, ein Kampionen. Ich bin ein paar Kampionen. Ich bin ein paar Kampionen. Ich freue mich, das ist der beste. Ich hoffe, ich bin ein Erfolg.